Hallo und herzlich willkommen bei Searchmetrics. Mein Name ist Christian Broscheid, ich bin Vice President Services und Sales für EMEA und neben mir steht unser Director Strategic Product Management Robert Dittrich. Wir möchten Ihnen heute eine nagelneue Kombination aus Daten und Services vorstellen, die Searchmetrics Ranking Faktoren für Ihren Markt. Wie wir das machen, und was Sie davon haben, erklären wir Ihnen gerne in diesem Video. Falls Sie Leser unsere Whitepaper sind, wissen Sie vielleicht, dass wir seit 2012 die sogenannten Google Ranking Faktorenstudien erstellen. Wir veröffentlichen diese als Whitepaper und helfen somit 10.000 von Lesern, die Google-Suche und die Online-Nachfragestruktur besser zu verstehen. Die Ranking Faktoren sind jedoch nicht allgemeingültig, das heißt sie sind von Markt zu Markt unterschiedlich. Aus diesem Grund veröffentlichen wir in den letzten Jahren mehr und mehr Studien für Branchen und Nischen. Das heißt, die zugrunde liegenden Keyword-Sets sind sehr speziell für eine Branche oder einen Markt ausgerichtet und helfen dabei sehr sehr wertvollen Input zu liefern und detailliert für diesen Markt die Ranking-Faktoren besser zu verstehen. Das ist eine gute Frage. In letzter Zeit haben wir nämlich sehr viele Anfragen bekommen, ob wir diese Analysen, die wir machen, auch für individuelle Keyword-Sets machen können. Also haben wir clevere Leute hingesetzt und können jetzt sagen, ja, wir können das für sie anbieten, wir können individuelle Ranking-Faktoren machen. Dazu ist eine Kombination aus zwei Sachen notwendig. Einmal Daten, dafür greifen wir auf Google Lighthouse-Daten zurück, plus Searchmetrics-Daten und Expertise mit unserer Digital Strategies Group. Und wie wir das genau machen, kannst du, glaube ich, am besten erklären. Die Datenaggregation und Analyse läuft folgendermaßen ab. Sie schicken uns ein Set an Keywords, was ihren speziellen Markt definiert. Der Umfang sollte 500 bis 1000 Keywords betragen. Pro Keyword holen wir nun die Top 20 Rankings. Das heißt, bei einem Keyword-Set von 1000 Keywords betrachten wir nun 20.000 Seiten. Pro Seite analysieren wir nun 79 Ranking-Faktoren, basierend auf Google Lighthouse, und kombinieren diese mit unseren eigenen Rankings-Daten. Somit können wir einen Marktpotenzial berechnen und es ermöglichen, dass sie ihre Wettbewerber-Daten mit ihren eigenen Daten ins Verhältnis setzen. Searchmetrics steht zwar für exzellente Daten, aber wir wären nicht Searchmetrics, wenn wir Dinge nicht besser machen würden als andere. Deswegen gibt es zusätzlich zu den Daten noch Searchmetrics-Expertise, unsere Searchmetrics Digital Strategies Group schaut sich die Daten genau an, gibt Ihnen Handlungsempfehlungen für Ihren Markt, dass Sie sofort Sachen umsetzen und verbessern können. Da Sie das Video immer noch sehen, haben wir offensichtlich Ihr Interesse geweckt. Fragen Sie gerne an für Ihre individuellen Ranking-Faktoren. Wir freuen uns schon drauf, die Daten für Sie zu aggregieren, die Expertise oben drauf zu packen, mit Ihnen die Ergebnisse durchzusprechen, damit Sie sofort besser werden können.